Wenn es beim Training heiß hergeht, dann brauchst du ein Shirt, das dich mit all seinen funktionellen Eigenschaften bei all deinen Einheiten unterstützt. Das Tubular Shirt von Mizuno kann dir genau das bieten. Es überzeugt nicht nur mit seiner hautsympathischen und atmungsaktiven Dry Light Faser, die deinen Körper trocken hält. Unterschiedliche Strukturen, die an die Schwitzzone des Körpers angepasst sind, helfen die Ventilation zu verbessern und dich angenehm zu kühlen. Dank der antibakteriellen Fresh Plus Behandlung ist es in der Lage, unangenehme Gerüche zu verhindern. Die Tubular Konstruktionen des Shirts helfen den Tragekomfort zu verbessern und sorgen dafür, dass das Shirt immer gut sitzt. Möchtest du auch von all diesen Eigenschaften profitieren und dabei noch gut aussehen? Dann hole dir das Dry Light Tubular Shirt von Mizuno in deiner Runnerspoint Filiale oder bestelle es direkt hier bei uns im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.